so freunde kleines update heute ist tag 107 wenn ich gerade richtig geschaut habe in der app und die haare man sieht schon vorne werden sie schon dichter auch an der seite sehe ich nicht mehr ganz so zerrupft aus es wächst schon langsam auch hier ich hoffe ihr könnt es sehen hier hinten gerade in dem tonsurbereich fangen jetzt langsam zum sprießen an ich war auch gestern bei der dritten php behandlung davon mache ich euch jetzt kein video mehr weil das habt ihr schon gesehen und ich muss wirklich sagen ja und auch die ärztin bei der php behandlung hat gesagt langsam sprießt auch schön im tonsurbereich also ich bin gespannt und werde euch auf jeden fall weiter auf dem laufenden halten ich nehme auch immer schön fleißig hier die biotin und keratin kapseln von dr balvi und ich muss auch sagen dadurch dass ich relativ viel sport mache noch relativ viel bodybuilding und solche geschichten muss ich wirklich sagen dass mir das zeug also relativ viel inhaltsstoffe was in den kapseln drin sind die tue ich auch sonst supplementieren und ja also auch gerade dass so was wie ginseng und grüner tee und solche geschichten drin sind ja das ziemlich nice auch gerade für sportler und hat halt noch den positiven nebeneffekt dass das ganze auch nicht nur die haare zum wachsen bringt und ich muss auch sagen seitdem ich die kapsel nehme immer zwei stücke am tag eine morgens eine abends muss ich sagen dass auch meine libido wieder ein bisschen mehr hoch gegangen ist also meistes männerprodukt also kann ich empfehlen also ich werde mir die auf jeden fall weiter bestellen ist auch jetzt nicht die größte dose dafür dass ich relativ viel reise und immer auch alle zwei monate nach bali hin und her fliege und solche geschichten habe ich jetzt nicht im koffer immer tausend so boxen mit tausend kapseln und so ein scheiß also ja ist nice das dr bali zeug taugt wirklich was und ich sage das jetzt nicht nur aus kooperationsgründen sondern ich würde mir wirklich auch so kaufen also es ist wirklich ganz nice kann ich empfehlen